unauffällig, aber gefährlich. Er kommt oft im Schlaf und seine Symptome sind meist untypisch. Ein sogenannter stummer Schlaganfall ist für die Betroffenen daher schwer erkennbar und wird leicht übersehen. Die Diagnose kommt dann erst Jahre später, wenn die Schäden im Gehirn bereits fortgeschritten sind oder ein weiterer Schlaganfall stattfand. Doch wie kommt es, dass ein Schlaganfall unbemerkt verläuft? Welche Folge hat das und wie können Patienten vorbeugen? Wir haben einen Neurologen gefragt. Der stumme Schlaganfall ist dadurch definiert, dass die Betroffenen keine der typischen Symptome verspüren, registrieren oder diese verschlafen, sagt Professor Mario Sieble, Chefarzt für Neurologie an der Mediklin-Fachklinik Rhein-Schrägstrich Ruh an Essen und Regionalbeauftragte der Deutschen Schlaganfallhilfe. Ausgelöst wird der Vorfall durch eine Durchblutungsstörung im Gehirn. Je nachdem, wo diese auftritt und welche Zellen absterben, machen sich die Folgen stärker oder schwächer bemerkbar. Oft sind Hirnregionen betroffen, deren Störung keine oder nur unspezifische Symptome auslöst. Seh- und Sprachstörungen, Lähmungen, Taubheitsgefühl, starke Kopfschmerzen und Schwindelgefühl, als diese Symptome, die als typische Alarmsignale für einen Schlaganfall gelten, bleiben sie mit aus oder treten nur kurz und in abgeschwächter Form auf. So kann es passieren, dass der Patient den Vorfall nicht bemerkt und weit erlebt, als sei nichts geschehen. Erst wenn sehr viele kleine stumme Infarkte auftreten, werden Symptome wie Gedächtnisstörungen, Wesensänderungen oder Gangstörungen bemerkt, sagt Siebler. Doch auch dann komme es häufig vor, dass manche Patienten solche Symptome nicht wahrnehmen oder nicht wahrnehmen wollen. Stumme Schlaganfälle kommen deutlich häufiger vor als die offensichtlichen Schlaganfälle, sagt Siebler. Besonders nachts bestehe die Gefahr, dass Patienten den Vorfall nicht bemerken. Wenn ein solcher Schlaganfall im Schlaf passiert, spüren die Betroffenen beim Aufwachen nichts mehr. Die Diagnose erfolgt in der Regel erst sehr spät, manchmal sogar erst Jahre später. Nachgewiesen werden stumme Infarkte meist zufällig über bildgebende Verfahren des Kopfes wie Computertomographie oder Magnetresonanztomographie, auf denen die Infarktenerben sichtbar sind, sagt Siebler. In einer Studie sei nachgewiesen worden, dass jeder fünfte Betroffene, der wegen eines akuten Schlaganfalls im Krankenhaus war, bereits zuvor einen stillen und bemerkten Schlaganfall erlitten habe. Dass ein stummer Schlaganfall meist nicht tödlich endet oder zu körperlichen Einschränkungen führt, macht ihn nicht weniger gefährlich. Denn der Patient lebt weiter im Glauben, gesund zu sein. Ohne zu wissen, dass sein Risiko, einen weiteren Schlaganfall zu erleiden, enorm gestiegen ist. Der stumme Schlaganfall kann ein Vorbote eines weiteren, offensichtlichen Schlaganfalls sein, waren Siebler. Zudem sei das Risiko einer vaskulären Demenz und bleibender motorischer Störungen deutlich erhöht, wenn mehrere stumme Hirnschläge in Folge auftreten. Frühzeitiges Erkennen derartiger Ereignisse wäre wichtig, um vorbeugende Maßnahmen gezielt und rechtzeitig einzusetzen. Patienten sollten daher auch unklare Symptome ernst nehmen. Vor allem Personen mit erhöhtem Schlaganfallrisiko, also Menschen mit Bluthochdruck, Diabetes oder hohen Cholesterinwerten sollten frühzeitig behandelt und sensibilisiert werden. Da stumme Schlaganfälle oft symptomfrei verlaufen und daher schwer erkennbar sind, ist Vorbeugung umso wichtiger. Ein gesunder Lebensstil sei hierbei entscheidend, sagt Siebler. Hierzu gehörten eine ausgewogene Ernährung, viel Bewegung, Verzicht auf das Rauchen und das Vermeiden von übermäßigem Alkoholkonsum. Darüber hinaus rät der Neurologe zur regelmäßigen Check-UPS beim Arzt. Wer bereits bekannte Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes oder hohe Cholesterinwerte habe, sollte diese regelmäßig kontrollieren und sich behandeln lassen. Die Themen Felder Cholesterin und Herz-Kreislauf-Gesundheit werden Ihnen in Kooperation mit der Amgen GmbH, Wiestraße 24, 80992 München, präsentiert. Die Amgen GmbH hat keinen Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung, diese liegt ausschließlich bei der Redaktion von t-online.de. Wichtiger Hinweis, die Informationen ersetzen auf keinen Fall eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und anerkannte Ärzte. Die Inhalte von t-online.de können und dürfen nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen.